Hey, ich bin Stefan von Projekt K. Köhe für Freihamm und in diesem Video siehst du, was in nächster Zeit bei uns alles los ist. Es geht los mit diesem Sonntag, das ist Ostersonntag und wenn ich auf meinen Terminkalender schaue, ist das der 31. März, da bieten wir eine richtig coole Sache an, nämlich einen Osterspaziergang, besser gesagt einen meditativen Osterspaziergang. Ja, wir wandern gemeinsam zur sogenannten Holzknechtkapelle, das ist eine kleine Kapelle zwischen Freihamm, Aubing und Germering. Gemeinsam treffen wir uns um 10 Uhr diesen Sonntag am Aubinger Friedhof auf dem Parkplatz Richtung S-Bahn, da treffen wir uns und dann wandern wir gemeinsam los. Aber wie der Name schon sagt, ein meditativer Spaziergang, das heißt, wir halten auf dem Weg immer wieder an, wir halten inne, wir denken nach über das, was an Ostern und davor auch Karfreitag passiert ist, ja in Form von Liedern oder Texten oder Gesprächsimpulsen, ein meditativer Osterspaziergang. Für die Kinder gibt es natürlich auch was, nämlich eine Osternestsuche, da haben wir richtig, richtig coole Sachen reingelegt. Nicht nur zum Essen, sondern auch zum Spielen in diese Osternester. Also wäre richtig schön, wenn ihr kommen würdet. Ja, wir laufen vom Aubinger Friedhof los um ca. 10 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, so bis zur Holzknechtkapelle, da läuft man vielleicht so 25 Minuten, 30 Minuten. Natürlich würde man schneller laufen, aber wir halten natürlich immer wieder inne. Und dann ist man mit dem Ganzen vielleicht fertig um, ja, ich würde mal sagen, so 11 Uhr, würde ich mal sagen. Und dann laufen wir entweder gemeinsam wieder zurück oder jeder kann auch früher gehen, wann er möchte. An der Holzknechtkapelle gibt es dann noch so eine kleine Andacht. Und ja, wäre richtig cool, wenn du dabei wirst. Bei mehr Fragen kontaktiere uns einfach. Ich glaube, es wird eine richtig, richtig coole Sache. Naja, wir dachten uns einfach mal nicht so in der Kirche oder in einem Gottesdienst sitzen. Gerade bei so gutem Wetter, was es am Sonntag werden wird. Also, sei du dabei beim meditativen Osterspaziergang. Diesen Sonntag, Ostersonntag, 10 Uhr bis ca. 11 Uhr. Die Bibel ist ja ein Buch, über die man gut streiten kann. Die einen, die sagen, es ist das absolute wortwörtlich zu verstehende Wort Gottes. Und die anderen sagen, es ist letztendlich einfach nur eine Geschichtensammlung. Darum haben wir uns jemand eingeladen. Einfach, um auf die Spur der Bibel zu kommen. Was ist denn die Bibel überhaupt? Was will die Bibel überhaupt sein? Wie ist sie entstanden? Und wie kann ich sie lesen und dabei auch noch richtig verstehen? Raphael Kunz war früher Pastor in einer ganz, ganz, ganz großen Kirche hier in München. Das ist das ICF, International Christian Fellowship. Manche von euch kennen das vielleicht. Dort war er Pastor und hat vor allem ein Herz für die junge Generation. Was aber nicht heißen soll, dass Leute, die schon über 30 sind oder über 40 sind, nicht eingeladen sind. Wir haben Raphael eingeladen zu drei Terminen. Und diese drei Termine, die beschäftigen sich mit der Bibel. Das Ganze, das findet statt im Rahmen unseres, ja, Glaubensentdecker-Kurses. Word & Cake jeden Sonntag 15.30 bis 17 Uhr in den Räumen der Evangelischen Adventskirche in der Limesstraße 85. Und dort treffen wir uns auch, wenn es um diese Frage geht, vom Himmel gefallen. Wie ist die Bibel eigentlich entstanden? Und ich muss mal auf meinen Spickzettel schauen, denn dann kann ich euch auch sagen, was die Themen sind. Am 14. April, also Sonntag 14. April, 15.30 bis 17 Uhr, Gott sprach und es wurde von der Entstehung des Alten Testaments. Und dann am 28. April, also zwei Wochen später, auf 15.30 bis 17 Uhr, weil die Kirche es so wollte, von der Entstehung des Neuen Testaments. Und Achtung, da treffen wir uns nicht in den Räumen der Evangelischen Kirche, sondern in St. Konrad, also der Katholischen Kirche in Neu-Aubing. Und am 12. Mai, das ist Muttertag, da haben wir das spannende Thema Kulturschock-Bibel. Wie können wir heute die Bibel lesen und verstehen? Das ist dann wieder in den Räumen der Evangelischen Kirche in der Limesstraße in Neu-Aubing. Vom Himmel gefallen, wie ist die Bibel entstanden? Es wäre richtig cool, wenn ihr kommen würdet. Es wird natürlich, wie es bei Wording Cake übel hieß, auch wieder Kaffee und Kuchen geben. Und der Raphael ist ein ganz cooler Kerl. Also nicht nur in der Art und Weise, wie er seine Message rüberbringt, sondern auch, ja man kann ihn letztendlich alles fragen. Es gibt keine dummen Fragen und er gibt, ja, hoffentlich sehr gute und schlaue Antworten. Parallel gibt es natürlich die Bausteine-Welt. Ganz, 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 ganz viele Klemm-Bausteine haben wir da. Also Lego, Duplo, andere Marken. Und da im Kinderraum, da können die Kinder sein, natürlich betreut von Leanne und zusammen frei etwas bauen oder auch nach Anleitung bauen. Also ich glaube, langweilig wird es nicht, wird ziemlich cool werden. Also wenn eure Kinder auf Lego stehen, auf Duplo stehen und auch mal gemeinsam mit vielen anderen Kindern etwas bauen wollen, ist es auch der richtige Zeitpunkt einfach da, zu unserem Programm zu kommen. Und für die Erwachsenen gibt es Kaffee und Kuchen und eben an diesen drei Terminen das Thema Vom Himmel gefallen. Wie ist die Bibel entstanden? Richtig cool wird es und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Freihamm ist international. Das sieht man nicht nur, wenn man im Grünband Freihamm ist, an den Spielplätzen, ja wie viele Menschen unterschiedlicher Nationen, Kulturen, Religionen, Sprachen, Traditionen dort sind, mit ihren Kindern auf den Spielplätzen oder überhaupt am Grünband. Man sieht es auch am Freihamm Volli. Ein Kunstwerk, eine Mischung aus einem katholischen Kirchturm und einem islamischen Minarett. Einfach ein Sinnbild dafür. Hier in Freihamm, da wohnen die Sprachen, die Kulturen, die Religionen, die Traditionen, die Nationen, wohnen hier gemeinsam friedlich miteinander. Und wenn einfach so ein Denkmal da steht, ja das bringt nicht viel. Man muss auch etwas dafür machen, damit es auch so schön wird, das Gute zusammen sein. Und so haben wir uns gemacht, gemeinsam gedacht, gemeinsam mit der katholischen Kirche, gemeinsam mit der evangelischen Kirche und wir von Projekt K, ja wir müssen das irgendwie fördern, dieses Miteinander. Also haben wir ein Angebot entwickelt, das nennt sich Bring and Share Dinner. Das heißt, wir treffen uns im Abendessen. Ganz konkret am 20. April von 18 bis 20 Uhr. Wo treffen wir uns? Wir treffen uns in der Ute Strittmatterstraße 6 in Freihamm. Das sind die Gemeinschaftsräume von Wogenow. Wer weiß, wo unser Spieletreff immer stattfindet, der weiß auch das, ja der kennt auch diese Räume. Neben Little Lab und dem Kreativlabor ist das, neben der Eisdiele. Genau zwischen dem Kreativlabor und der Eisdiele in Freihamm sind diese Räume. 20. April, 18 bis 20 Uhr. Ganz einfach. Das Konzept ist ganz einfach. Jeder bringt die Kleinigkeit zu essen mit. Aus seiner Heimat. Aus seinem Herkunftsland. Aus seiner Herkunftsstadt. Und muss nicht viel sein. Man muss nicht viel kochen. Jeder bringt einfach was Kleines mit zum Probieren. So. Einen kleinen Snack vielleicht auch. Und dann setzen wir uns zusammen. Und wir reden über Leben in Freihamm natürlich. Aber wir reden auch zu einem bestimmten Thema. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Hochzeit. Ja, wie wird denn Hochzeit in Deutschland gefeiert? Wie wird Hochzeit in der Türkei gefeiert? Wie wird Hochzeit im Iran gefeiert? Wie wird Hochzeit in der Ukraine gefeiert? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede? Was finden wir gerade so schön? Auch gerade an der anderen Tradition. In der anderen Kultur des anderen Landes. Denn bei Bring and Share, da geht es darum, dass wir voneinander lernen. Und dass wir einfach merken, Freihamm ist reich. Freihamm ist reich an Traditionen, an Kulturen. Und ja, was so an Vielfalt da ist, das wird ganz oft als Bedrohung wahrgenommen. Ah, das Fremde, das ist mir eben fremd und das mag ich nicht so. Nein, wir glauben, das Fremde ist was Gutes. Und wir können davon lernen, wir können davon profitieren. Horizonterweiterung. Und dafür Bring and Share. 18 bis 20 Uhr in der Ute Strittmatter Straße 6 in Freihamm am 20. April. Wäre richtig cool, wenn du kommen könntest. Bring eine Kleinigkeit zu essen mit und wir haben eine gute Zeit zusammen. Lernen uns kennen und lernen dann auch so manches Neues aus einer anderen Kultur, Tradition, Religion, aus einem anderen Land kennen. Das wäre richtig cool. Der Frühling ist da, bald ist wieder Sommer und das heißt Biergartenwetter. Also haben wir uns ein neues Format ausgedacht. Und dieses Format, das hat den lustigen Namen Bibel und Bier. Oder besser gesagt Stammtisch, Bibel und Bier. Ja, wir wollen nämlich einen neuen Stammtisch aufmachen. Einen Stammtisch, bei dem man sich trifft, vielleicht alle zwei Wochen. Wir wissen es noch gar nicht, wie oft das sein wird. Und wir treffen uns natürlich in Biergärten oder bei schlechtem Wetter vielleicht auch in irgendwelchen Restaurants. Ja, was machen wir da? Ja, wir trinken Bier. Essen kann man natürlich auch was. Aber der Titel des Stammtisches lautet ja Bibel und Bier. Wir wollen uns auch mit Glauben beschäftigen. Wir wollen ohne Tabu über Gott und die Welt einfach reden. Vielleicht irgendwelche Themen auspacken. Und wir philosophieren, schimpfen, freuen uns an verschiedenen Themen rund um Kirche, Glaube und Gott. Ich glaube, das wird richtig cool. Und bei einem Stammtisch, da ist es ja oft so, jeder kann einfach sagen, was er wirklich denkt. Es gibt keine Tabus. Es gibt keinen Maulkorb. Jeder kann wirklich sagen, was er denkt. Auch mal richtig ablästern. Aber ich glaube, wir können auch einfach neue Seiten zu verschiedenen Themen einfach entdecken. Bei einem guten Bier. Bei guten Freundschaften dort am Tisch. Ja, Bibel und Bier. Das erste Mal wird stattfinden um 20 Uhr am 16. April. Das ist ein Dienstag im Biergarten zum Gustl in Freihamm. Wenn du mehr Infos brauchst, dann kontaktier uns. Und es wäre richtig cool, wenn du dabei wärst. Egal ob männlich oder weiblich. Ja, jetzt bist du wieder auf dem Laufenden, was bei Projekt K alles passiert. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib uns an auf www.kirchefürfreihamm.de oder kommentier hier unter das Video oder schick uns eine E-Mail oder schau auf unsere Homepage und ruf uns an oder schreib uns auf WhatsApp. Du weißt, wie du uns zu kontaktieren hast oder wie du uns kontaktieren kannst. Wir freuen uns von dir zu hören und wir sind gespannt auf so alles, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan von Projekt K. Kirche für Freihamm. Dein